Hallo und herzlich willkommen zum ersten Pressetalk von Sportnitz Sildesheim. Ich bin Maxim Wilk und führe Sie heute als Moderator durch diesen Pressetalk. Zur heutigen Ausgabe habe ich zwei Spieler des regionaligsten VfB in der Sildesheim zu Gast, mit denen ich über das bevorstehende Trainingslager auf Mallorca sprechen werde. Zu Gast sind zum einen auf der rechten Seite Jannik Schulze, der 22-jährige Mittelfeldspieler und auf meiner linken Seite Benedikt Plaschke, der 28-jährige Angreifer. Jungs, vielen Dank, dass ihr da seid. Freut mich sehr, dass wir über das Trainingslager sprechen können. Frau Frau Russland-Sildesheim fährt das erste Mal in ein windender Trainingslager in der Vereinsgeschichte. Sie wollen beste Voraussetzungen schaffen, um im Kampf um den Kassenheit noch sich mal für die Rückgründe ordentlich vorzubereiten. Jannik, für dich ist das erste Trainingslager, du warst in 96 früher schon öfter im Trainingslager. Wie sehr freust du dich auf das Trainingslager? Ja, ich denke, das ist eine einmalige Geschichte jetzt hier in Delsheim. Das ist das erste Mal, dass der Verein ins Trainingslager fährt und das ist für uns natürlich super. Jetzt gerade in der wichtigen Phase, wo es darauf ankommt, dass wir gerade im Detail noch mal erarbeiten und den Teamgeist noch mal entwickeln, das ist eine sehr gute Sache. Wir freuen uns, denke ich auch. Und es ist hier Zündigkeit, deswegen ist es auch ganz schön, mal ins etwas Wärmere zu kommen. Benni, du kannst ja aufgrund deiner beruflichen Tätigkeit nicht teilnehmen. Wie schwer fällt es dir, nicht mitzufahren? Ja, es ist natürlich schon so, wenn man jetzt Mallorca hört und ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger bei VV und ins Trainingslager sind wir bisher nur nach Parzelsetwort quasi gefahren und es ist natürlich schon so, dass ich gerne dabei gewesen wäre, aber die berufliche Perspektive oder der Beruf macht es halt in dem Moment einfach nicht möglich. Und ich war ja jetzt auch ein halbes Jahr mehr oder weniger raus und deswegen ist es für mich vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich in dieser Phase, während die Jungs auf Mallorca schuften, hier nochmal an meinen Grundlagen arbeiten kann. Und da gibt es in Hildesheim, denke ich auch mit dem Fitnessstudio oder mit dem Wald oder Hubsensee auch noch die Möglichkeit, ja da meine Fitnessgrundlagen wieder neu aufzubauen. Und ja, deswegen natürlich wäre ich gerne dabei gewesen, aber ich muss das jetzt einfach so akzeptieren und es ist auch alles gut so. Du sprichst es schon an, wie sieht deine Woche genau aus hier denn ohne Mannschaftstraining, jetzt ohne offizielles Mannschaftstraining? Ja, also wir haben ja den Philipp Champignon, mit dem ich auch jetzt seit November eigentlich relativ intensiv schon wieder daran arbeite, auch langsam an die Mannschaft zurückgeführt zu werden. Und der hat mir auf jeden Fall einen Plan aufgestellt, der viel Fitness, viel im läuferischen Bereich, ja auch beinhaltet und ich werde viel auf dem Fahrrad sitzen. Ich werde Intervalltraining machen, ich werde Krafttraining machen und ja, sodass eigentlich die Woche, in der die Jungs in Mallorca arbeiten, ich hier auch genügend zu tun habe und dann hoffentlich auch im Fitnessstand dann auch wieder hier bin, dass ich auf etwa gleichem Level bin. Ja ne, gib uns noch mal einen kleinen Eindruck, wie ist die Woche so geplant? Wie viele Trainingsseiten stehen pro Tag an? Gibt es Testspiele? Gibt es bestimmte Bereiche, die ihr ausführlicher behandeln wollt? Ja, also der Plan ist glaube ich so, dass wir sehr früh anfangen, ich glaube 6.30 Uhr geht es los mit dem Lauf, jeden Tag. Und dann stehen glaube ich gegen Ende der Woche zwei Testspiele auf dem Plan, ich weiß nicht, eins ist glaube ich sicher, das zweite ist noch nicht ganz sicher. Und ja, ansonsten werden wir uns sicherlich auch einen Tag nehmen, wo wir im T-Building dann irgendwie was machen, ob wir am Strand irgendwie eine römische Arte machen oder durch Palma gehen, das ist noch nicht ganz klar. Dann irgendwie werden wir dann auch noch arbeiten. Und ja dann, was ich schon gesagt habe, im Detail arbeiten. Also offensiv, Abläufe reinkriegen, defensiv nochmal mit der Kette arbeiten. Und ja, dass wir da halt dann gut drauf vorbereiten sind. Weil offensiv sind wir ja in der Hinserie noch nicht so erfolgreich gewesen, da werden wir sicherlich arbeiten. Was glaubst du dir persönlich von dem Trainingsseiten? Ich meine, das ist ja nicht das erste, du kennst ja schon ungefähr so ein bisschen die Abläufe, wie es früher bei 96 auch war. Was glaubst du, würdest du dir selbst auch bringen? Klar, nochmal auf das Fitnesslevel nochmal so anzuschrauben, dass man jetzt in den restlichen Spielen dann auch keine Probleme hat. Also wir haben jetzt knapp zwei, drei Wochen, glaube ich, bis zum ersten Spiel. Und da ist es nochmal wichtig, jetzt aufs Limbe zu kommen, an die 100% zu kommen. Das war ohne Verletzung, ohne Krankheit, am besten, wenn die Lücksehle durchkommen. Und da ist es dann persönlich wichtig. Und es ist natürlich schön, mal eine Woche mit den Jungs zu verbringen. Normalerweise, wir treffen uns abends, da ist dann der Tag über quasi, da bringt jeder, wie er arbeitet oder studiert oder was auch immer. Aber so verbringt man jetzt mal eine Woche zusammen, hilft sicherlich auch, was das Team angeht. Renni, die Hinrunde war sehr zerrend für euch. Wie groß ist ihr überzeugt, dass ihr in der Rückrunde noch den Klassenheil schaffen könnt? Ja, also ich denke, dass der Verein auch mit dem Trainingslager dann ein ganz klares Zeichen setzt. Und dass wir natürlich mit aller Macht versuchen wollen, die Regionalliga für Hildesheim zu halten. Weil man sieht in der ersten Regionalligasaison, auch in der letzten Saison und jetzt auch teilweise an der Hinrunde, dass die Stadt, glaube ich, auch für die Regionalliga bereit ist. Wir haben im Verhältnis zu anderen Vereinen, trotz der durchwachsenen Leistungen, sage ich jetzt mal, gerade in Heimspielen schon einen großen Zuschauerzuglauf. Und ich bin voll davon überzeugt, dass wenn wir in unseren Rittbus kommen und ja auch mal jetzt Erfolgserlebnisse haben, vielleicht ein Spiel zu gewinnen oder mal ein Heimspiel zu gewinnen, souverän zu gewinnen, dass wir dann auch in der Lage sind, die Regionalliga zu halten, zumal die Gegner, die unten sind, ja jetzt auch noch nicht so weit weg sind. Und ja, deswegen habe ich da volle Überzeugung auch, dass wir das auf jeden Fall schaffen können. Du warst jetzt ja auch schon lange raus. Wie ist dein Aktuelles Stand? Wann kannst du der Mannschaft wieder helfen? Wann rechnest du damit, dass du die ersten Einsatzzeiten bekommst? Ja, wie gesagt, also ich habe ja jetzt seit November arbeite ich mit unserem Fitnesscoach kontinuierlich an meiner Fitness. Gestern hatten wir ja auch ein Freundschaftsspiel in Suling, wo ich das erste Mal auch wieder gespielt habe. Klar ist es jetzt für mich nicht ganz optimal, dass ich von den ganzen Abläufen, den taktischen und so weiter nicht mit ins Trainingslager fahren kann. Aber ich hatte ja auch schon gesagt, dass ich im konditionellen Bereich noch was aufzuholen habe. Aber ich denke, dass ich dann in der Woche, wenn die Jungs aus dem Trainingslager zurück sind, auch ganz normal mit der Mannschaft voll trainieren kann, so wie ich es jetzt die letzte Woche auch schon getan habe. Und dass ich dann auch für Jedelo auf jeden Fall eine Alternative für den Trainer bin. Ob es dann von Anfang an ist, ist wahrscheinlich unrealistisch. Aber auf jeden Fall, dass sich der Mannschaft auch auf dem Feld, sei es über eine Anwechslung oder was auch immer, oder auch im Training erstmal, dann auch ab 28.01. gleich auch wieder helfen kann. Hennig, du hast die meisten Einsatzminuten der Feldspieler und nach dem Abgehen von Dominic Franke, Dome Hartmann und Oma Famili bist du eine zentrale Figur geworden in der Dome Stadtelf. Siehst du dich selbst auch als Führungsspieler? Ja, also ich versuche es zumindest. Ich bin jetzt nicht der Spieler, der jetzt auf dem Platz groß die Reden schwingt, oder auch in der Kabine irgendwie jetzt viel rum erzählt. Aber ich denke, ich versuche mit meinem Spiel den anderen zu helfen. Und ja, sehe mich da schon in der Führungsrolle. Ja, jetzt war es ja eine lange und harte Hinrunde. Aufgrund der Familie hat es bestimmt auch viel Kraft gekostet. Wie lange hattest du Urlaub? Konntest du dich ausreichend regenerieren? Hast du ordentlich Kraft gesandt für die bevorstehenden schweren Aufgaben? Ja, ich glaube wir hatten knapp zwei, zweieinhalb Wochen frei. Ich bin auch hier geblieben, also ich musste da auch was fürs Studium machen. Also dann nutzen wir natürlich die Zeit. Aber ja, es war ganz gut die Freizeit, den Kopf frei zu kriegen, mit der Familie die Feiertage zu verbringen. Also ich denke, da sind wir alle sehr gut aus dem Urlaub wiedergekommen, um mit genug Kraft in die schweren Aufgaben zu gehen. Ja, das Training ist nachher steht kurz vor. Ihr fliegt in der Nacht auf Dienstag los. Habt ihr schon die Zimmerpartner ausgewählt? Ja, also fest ist es noch nicht. Also wir konnten uns, glaube ich, am Ende der Innenserie, konnten wir uns, glaube ich, einen Wunschpartner aussuchen. Ich bin vermutlich mit Sophie and Charles zusammen auf einem Zimmer. Aber klar ist es noch nicht. Benni, du bist ja nicht dabei, aber du kennst das Mannschaftsinnenleben so ein bisschen. Was glaubst du? Welches Zimmer wird das chaotisch auf Mallorca werden? Also ich glaube, da ist hier Charles Schulze schon eine ganz große Kombination, die da oben auf jeden Fall angesiedelt wird. Nein. Also es ist natürlich schon so, dass dieses Trainingslager dann auch dazu bildet, dass man sich einfach hinterher noch mal ein bisschen weiter kennenlernt oder auch irgendwie mal privat noch mal ein bisschen mehr Zeit verbringt, als wie Jannex eben schon gesagt hat, abends. Und ich glaube, dass der Trainer da auch schon drauf achten wird, dass da vernünftige Ordnung auch sein wird. Weil das gehört auch einfach dazu, dass es, wenn man auf dem Platz eine gewisse Disziplin hat, dann muss man das auch neben dem Platz haben will oder haben. Und das ist auch so, dass der Trainer darauf achten wird. Deswegen denke ich, dass die Jungs das da alles ganz gut und reibungslos auch über die Bühne kriegen. Ja, so. Zum Schluss kommen wir jetzt noch zu ein paar Fanfragen. Die Fans hatten die Möglichkeit, auf Facebook uns zu schreiben und einfach Fragen zu stellen. Ja, Benni, die erste Frage an dich ist. Regionalia, Vollzeitjob und Familie, wie kriegt man das alles in Teilen gut? Ja, also ich sage mal so, grundsätzlich ist das Wichtigste, dass man an einem Spaß hat. Und das ist bei mir auf jeden Fall gegeben. Und ich sage schon, dass man sich da auch strukturieren muss. Aber ja, der Sport gehört auch einfach zu meinem Leben dazu. Und mir fehlt es einfach auch, wenn ich abends, oder wenn ich einen Tag über keinen Sport mache, habe ich jetzt gerade im letzten Halbjahr auch gemerkt, dass ich da auch so ein bisschen unausgelassener bin. Deswegen finde ich das auch immer eine gute Option, die Möglichkeit, abends noch mal eine Stunde auf dem Trainingsplatz zu stehen, Kopf frei zu kriegen, ja, frische Luft nochmal zu haben. Und das ist halt einfach so eine Sache, die dazugehört. Und man muss sich schon strukturieren, damit man das alles unter einen Hut bekommt. Aber es ist jetzt nicht so, dass das nicht machbar wäre. Und wie gesagt, Sport gehört für mich dazu. Und ich sehe das jetzt nicht als Belastung an, sondern als Freude und als Spaß. Und ich glaube, dann funktioniert das auch ganz gut. Ja, Nick, wir hoffen es natürlich nicht. Aber falls der VV nicht den Klassenhalt im Sommer schaffen sollte, wie ist deine Zukunft auch? Bleibst du den Dumschnitt elf erhalten? Oder gibt es da eine Veränderung? Möchten die Fans gerne wissen. Ja, also wirklich Gedanken drüber habe ich gerade nicht drüber gemacht, weil ich mir doch sicher bin, oder ein gutes Gefühl habe, dass wir drin bleiben in der Liga. Sommer muss man dann sehen. Also kann ich nicht viel zu sagen, weiß ich noch nicht. Jetzt gilt es erstmal sich auf jetzt zu konzentrieren und da haben wir, denke ich, einiges vor. Benny, die Frage kommt vom Kultbetreuer des SVS. Besteht die Möglichkeit, dich nochmal im Trikot deines Heimatvereinsspielen zu sehen? Möglicherweise sogar als Spielertrainer? Ja, ich grüße erstmal an Frank, auch für die Frage. Klar habe ich nach Schellerten besondere Beziehungen und habe da auch einige Freunde, die dort in der ersten spielen. Und weiß ich nicht, ich will jetzt nichts ausschließen, aber wie Yannick eben schon gesagt hat, es zählt jetzt für uns einfach, dass wir eine vernünftige Rückrunde spielen, dass wir VV in der Regionalliga halten. Und mit allem anderen beschäftige ich mich zur Zeit einfach überhaupt gar nicht. Aber Schellerten ist natürlich auch, meine Familie ist da zu Hause, ist für mich immer ein Anlaufpunkt. Und wer weiß, was die Zeit so bringt. Ja, Nick, ein Fan möchte noch wissen von dir. Hast du ein bestimmtes Ritual vor Ihnen, wo zum Beispiel? Also ich ziehe immer erst links, die linke Seite ab und dann rechts, aber sonst eigentlich nichts. Also das ist, klar, ich glaube viele essen dann vor dem Spiel andere Sachen, was Nuller angeht und sowas. Aber so richtig ein Ritual, außer was jetzt mit den Schümen, weiß ich nicht, ne. Wenn ihn dein Freund Florian Uther ist nachher aufgewechselt jetzt erst vor kurzem. Wie schade ist es, dass er nicht mehr in der Rückrunde dabei ist? Ja, also uns hat natürlich auch viel verwirrt. Wir sind zusammen aufgestiegen. Es ist immer so eine Sache, was einen auch verbindet und auch mit Freundschaft außerhalb des Fußballplatzes. Und ich denke, dass das auch für eine Mannschaft auf der Ebene, wo wir uns bewegen, auch wichtig ist, dass man neben dem Platz was zusammen macht. Und da war Flo natürlich immer einer, der auch dabei war, auch ein Hildeser mal jung. Und deswegen ist es schon schade, aber seine berufliche Perspektive muss man einfach in dem Moment dann auch akzeptieren. Und er hat uns das alles vernünftig erklärt. Deswegen von hier aus alles Gute für ihn. Und natürlich persönlich, auch auf der persönlichen Ebene ist es schade. Aber er wird seinen Weg da auch immer aufgehen. Ja, zum Abschluss habe ich noch mal eine Frage, die stelle ich dann gleich mal an euch beide. Oma Fami, euer ehemaliger Mitspieler, ist Trainer und ist von der Wort Silvestam. Verfolgt ihr die Entwicklung und könnt ihr euch selbst vorstellen, irgendwann mal als Trainer zu arbeiten? Spielertrainer oder nur Trainer wie Oma jetzt? Ja, also was Oma da jetzt in kürzester Zeit aufgebaut hat, da muss man schon Respekt vorzollen. Er macht das super, das hat man aber schon gemerkt, als er auch bei uns noch gespielt hat, dass er immer auch Führungsspieler war, der auch sich in taktischen Besprechungen immer mit eingebracht hat. Und da auch immer ein Auge für Situationen hatte, also dass er da ein Händchen für hat. Und gerade auch über sein Studium und mit seiner ganzen FUNA-Geschichte und so weiter, hat er natürlich auch diesen menschlichen Aspekt dabei. Ich denke, das ist auf der Ebene auch besonders wichtig, dass man sowohl fachlich, sportlich als auch dieses Menschliche und da einen Hut bringt und da ist Oma wirklich ein super Mann für. Und die Erfolge jetzt auch beim EFI Cup oder auch in der Liga oder auch was er da im Hintergrund an Strukturen alles aufbaut, sprechen natürlich für ihn. Und das freut uns natürlich auch gerade, weil er auch ein Hildesamer jung ist und mit seinem Knie da jetzt in den letzten Monaten auch viele Probleme hatte. Deswegen ist er den Weg jetzt gegangen für uns als VV ist natürlich schade, weil er auch ein Aushängeschuld für VV war. Aber was er da macht, muss man wirklich sagen, Hut ab und Lob dafür auf jeden Fall. Kann ich mich nur anschließen. Ich wünsche ihm auch sicherlich weiterhin alles Gute. Und wir haben, denke ich, alle von EFI Cup gesehen, was da auch für Qualität bei Nairports ist. Er hat da wirklich was Gutes aufgebaut oder ist dabei, was aufzubauen. Und ja, sicherlich auch von uns dafür alles Gute. Ja, das war's schon von der ersten Ausgabe des Personal Talks. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen bei Janik Schulz und bei Benedikt Kaschke. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin und alles Gute fürs Trainingslager, Jungs. Danke. 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 Danke.